hallo zusammen martin hier und was machen wir heute wie sieht nach was jetzt aus wir füllen die mystery box und heute haben wir ein schönes päckchen von egal von inno pre kemmers ja jetzt und wie machen wir das schön immer ja wir machen hier vielen herzlichen dank in obrik freut mich den kanal findet ihr unten lassen abo da sowie jede menge likes bis zum nächsten mal wenn wir weiterhin die mystery box packen